So Leute, am Kryptospace passieren in diesem Moment wieder unfassbar wichtige Sachen. Nachdem wir ganz kurz über die rote Linie gegangen sind, hatten wir ein Pullback und in diesem Moment versuchen wir schon wieder durch die rote Linie zu brechen. Heute sprechen wir also darüber, ob wir erfolgreich sein werden oder nicht, worauf man momentan bei Bitcoin achten sollte. Und außerdem, wie ihr wisst, ich habe euch ja diesen Trade hier gezeigt, wo ich bereits 53.000 Dollar Profite mitgenommen habe und deshalb sprechen wir auch direkt darüber, was ich mit diesem Trade als nächstes machen werde. Wie ich persönlich erwarte, mit genau dem Trade noch mehr Profite einzufahren, aus diesem Grund bleibt auf jeden Fall dran. Natürlich sprechen wir dann auch noch über alles weitere, was am Kryptomarkt momentan vor sich geht. Sachen, die ihr auf jeden Fall wissen solltet. Wahnsinns Charts, die uns zeigen, wie die nächste Bitcoin-Bewegung aussehen wird. Also wirklich unfassbar viele wichtige Sachen. Deshalb nochmal auf jeden Fall dranbleiben. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Teil Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und dann lasst uns auch direkt mal auf dem 4-Stunden-Chart loslegen. Im gestrigen Video, da habe ich ja über diese Dreiecksformation auf dem 4-Stunden-Chart unterhalten. Und da habe ich gesagt, dass wir normalerweise nach so einer Konsolidierung unter einem großen Widerstand wie dieser roten Linie, dass wir dann normalerweise einen weiteren Anstieg nach oben haben. Genau das ist dann auch gestern passiert. Wir hatten einen Pump bis auf 30.400 Dollar, was natürlich für Bitcoin absolut fantastisch gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz, genauso wie ich auch die ganze Zeit immer gesagt habe, mit dieser roten Linie sollte man nicht spaßen. Das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig großer Widerstand. Und es wird den Bullen einiges abverlangen, um eben über genau diesem Level zu schließen. Sagen wir mal auf dem Daily-Chart. Wenn wir uns nämlich den Daily-Chart anschauen, kann man ganz, ganz klar sehen, dass wir nach oben gegangen sind, abgeprallt sind beim ersten Mal. Dann beim zweiten Mal auch wieder abgeprallt. Dann hatten wir das dritte Mal und dann haben wir das vierte Mal, wo wir es auch nicht geschafft haben, rüber zu kommen. Aber schaut euch die Körper der Kerze an. Die gehen immer weiter nach oben, Stück für Stück. Das bedeutet, der Druck, dass wir wirklich auf dem Daily-Chart darüber brechen können, wird mit jedem einzelnen Tag, den wir haben, stärker. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Vier-Stunden-Chart zurück, weil da gibt es eine andere Sache, die ich euch zeigen möchte. Schaut mal, wir haben immer noch den Trend, dass wir Higher Lows machen. Und wie ihr wisst, vor, ich glaube vor einer Woche, da habe ich darüber gesprochen, dass wir einen ganz, ganz klaren Abtrend, also Aufwärtstrend für Bitcoin etabliert haben. Und dass, obwohl das Fake News gewesen sind, die uns damals bis zur roten Linie bei 30.000 Dollar gebracht haben und wo wir dann natürlich auch eine massive Rejection gesehen hatten, von einem technischen Standpunkt aus hat das alles geändert. Das hat bedeutet, dass viele Unterstützungs- und Widerstandslevel sich geändert haben und dass wir es tatsächlich geschafft haben, auf technischer Ebene massive Durchbrüche zu erzielen. Und aus diesem Grund bin ich davon ausgegangen, dass wir weitere Fortsetzungen nach oben sehen könnten, was ja genauso passiert ist. Jetzt gibt es später heute noch eine andere Sache, die stattfinden wird auf dem Weekly-Chart. Und wisst ihr, falls ihr meinen Kanal verfolgt, falls nicht, würde ich es nochmal erklären. Wenn wir es schaffen sollten, die Kerze so auf dem Weekly-Chart zu schließen, also auf dem Wochen-Chart, wo wir massive Durchbrüche über den 100er und den 200er-Wochen-Durchschnitt haben, dann ist das eine mega, mega gute Sache. Schaut mal, wir befinden uns auf dem Wochen-Chart direkt am Rand der orangenen Box, also bei der roten Linie. Warum ist die rote Linie nicht da? Wenn ich auf dem Daily-Chart gehe, könnt ihr das sehen, so, da ist die rote Linie. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Level euch geholfen haben bei eurem Trading. Wie ihr wisst, ich spreche ja immer wieder über meine Trades auf diesem Kanal, über alle Level, darüber, was ich persönlich für Bitcoin erwarte. Und ich spreche auch gleich nochmal über meinen Trade. Hier, schaut mal, die unrealisierten Verluste betragen momentan, ja, minus 430 Dollar. Aber was sind minus 430 Dollar, wenn ich schon 53.000 Dollar Gewinn gemacht habe? Aber ich spreche gleich nochmal ein bisschen genauer darüber. Vorher werde ich mir mit euch jetzt erstmal die traditionellen Märkte anschauen, weil die Futures-Märkte, die werden in, ja, ungefähr 8 bis 9 Stunden öffnen. Und wenn die öffnen, dann werden wir sehen, ob dieses Schlüssellevel, diese rote Linie bei 4238 beim S&P 500, ob das in der Lage dazu sein wird, die traditionellen Märkte oben zu halten. Ich habe über die Bedeutung dieses Punktes ausführlich im gestrigen Video gesprochen. Also, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, schaut euch das auf jeden Fall an. Dann versteht ihr auch, was für eine große Bedeutung dieser Punkt hat. Heute würde ich mich darauf konzentrieren, was vor uns liegt. Ich wollte euch lediglich zeigen, dass das heute Abend passiert und dass das eine extrem wichtige Sache ist. Und nochmal, falls ihr mein gestriges Video nicht gesehen habt, holt das auf jeden Fall nach. Genau, wenn das Level halten sollte, könnte das genug Momentum bringen, dass wir auch für Bitcoin diese rote Linie durchbrechen können. Denn obwohl Bitcoin in einem massiven Run ist, sind die traditionellen Märkte in einem echt extremen Downtrend gewesen. Also, obwohl es natürlich schön zu sehen ist, dass wir eine Dekorrelation haben, Bitcoin kann nicht weiter nach oben gehen oder nicht wirklich, wenn wir einen Crash am Markt sehen. Also, sollten wir von dieser roten Linie nach unten crashen bei den traditionellen Märkten, sagen wir zu der orangenen Linie, dann wird das mit Sicherheit oder sehr sehr wahrscheinlich auch dazu führen, dass Bitcoin weiter nach unten gehen wird. Sollte es allerdings halten können, dann können wir mit Sicherheit auch für Bitcoin durch die rote Linie gehen und zu der orangenen Linie. Aus diesem Grund ist es auch, ja, ist es einfach super wichtig, dass wir uns die traditionellen Märkte anschauen. Dann bei Ethereum, hier möchte ich jetzt über meinen nächsten Trade mit euch sprechen. Ethereum bewegt sich momentan zum Widerstand bei 1.656. Deshalb habe ich auch genau diesen Trade immer noch geöffnet. Was ich jetzt also machen werde und nochmal, ich bin Ethereum-Bulle, ich bin Bitcoin-Bulle, was ich allerdings machen werde ist, ich werde eine kleine Short-Position eingehen, sollten wir noch einmal nach oben kommen. Ich werde eine schöne kleine Short-Position bei diesem Trade hinzufügen, um eben zu versuchen, noch ein kleines bisschen mehr Profite zu machen. Jetzt bin ich mir natürlich vollkommen bewusst, dass wenn die traditionellen Märkte grün öffnen, Bitcoin einen massiven Run haben kann. Wir könnten locker mal eben nach oben gehen zu 1.700 Dollar innerhalb von wenigen Stunden. Und an diesem Punkt, ja, was soll ich machen? Dann werde ich halt aus meinem Trade aussteigen. Was ich also machen werde ist, ich werde wie ein Falke beobachten, was hier bei den traditionellen Märkten passiert. Wenn wir sehen sollten, dass Ethereum weiter nach oben steigt und tatsächlich das als Unterstützung etabliert, dann werde ich natürlich auch wieder aus diesem Trade aussteigen. Ich werde also diese 42.000 Ethereum schließen, also die 68.000 Dollar in Short-Position. Aber trotzdem, ich werde auf jeden Fall erst einmal noch ein bisschen unter dieser Linie hinzufügen. Ein kleines bisschen und kann ich mir auch leisten, weil wie gesagt, ich habe bereits 53.000 Dollar Profit aus diesem Trade rausgenommen. Wir werden also mal schauen, ob ich Gewinne weiter aufstocken werde oder aber ob ich einen etwas kleineren Verlust mache, der Teile der Gewinne wieder wegnehmen wird. Wie auch immer es passieren wird, ihr werdet das auf diesem Kanal mitteilen können. Und falls ihr diese Trades selber machen möchtet, dann könnt ihr in der Videobeschreibung bis zu 60.000 Dollar als Tradingboni auf OKEx bekommen. Und außerdem könnt ihr hier auch noch einmal bis zu 30.000 Dollar mit meinem Link als Tradingboni bekommen. Was meine Tradingbots angeht, hier könnt ihr sehen, alle sind mittlerweile im Gewinn. Also mega, mega gut. Ethereum hat einen richtig schönen Run gehabt. Alle Bots sind also mittlerweile wieder im Gewinn. Falls ihr also mitgemacht habt, als ich alle Bots geöffnet habe, wie gesagt, ich habe euch ja jedes Mal gezeigt, wenn ich einen Bot aufgemacht habe, dass, falls ihr Bock habt, dass ihr von Anfang an mit dabei sein könnt. Und jeder, der vom Anfang an mit dabei gewesen ist, hat mittlerweile 55, 25, 27, 14 und so weiter Profite und Profite gemacht. Und das zusätzlich zu dem, was die Bots in früheren Zyklen erwirtschaftet haben, wo sie 100, 80, 70 und so weiter gemacht haben. Also, falls ihr auch Bock habt, diese Tradingbots selber zu benutzen, dann holt euch eine OKEx Account und dann mit einem One-Click-Setup könnt ihr jeden einzelnen dieser Bots einrichten. So, jetzt würde ich sagen, wir sprechen über die nächsten große Bewegung für Bitcoin. Bleibt auf jeden Fall dran, das ist extrem wichtig. Was man nämlich sehen kann, ist, wir haben letzte Woche einen Rekordabfluss aus den Geldmarktfonds gehabt. Das sind im Grunde genommen die Leute, die ihr Geld in Staatsanleihen angelegt haben. Ihr Geld in Bargeld-Äquivalente, kurzfristige Anleihen und dergleichen. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, letzte Woche einen Abfluss in Rekordhöhe. Was denkt ihr? Was denkt ihr, was diese Leute mit dem ganzen Geld machen werden? Könnte es vielleicht sein, dass einige dieser Geldmarktfonds oder diese Leute, die das Geld daraus abgezogen haben, dass die einen Teil davon in Bitcoin stecken werden? Vielleicht haben sie bereits einen Teil davon in Bitcoin gesteckt und deshalb haben wir diesen Pump. Leute, die Leute bereiten sich auf den ETF vor, darauf, dass er genehmigt wird und ihr wollt früh dran sein. Ihr wollt, dass die großen Institutionen eure Bitcoin kaufen. Ihr wollt nicht, dass ihr von denen kauft. Also, deshalb macht euch jetzt eine Strategie. Akkumuliert so viel Bitcoin, wie ihr nur akkumulieren könnt. Genauso wie ich es schon eine ganze, ganze Weile sage. Und jetzt, die Krypto-Spot-Volumina haben inmitten der Bitcoin-Ready zugenommen. Und was müssen die ETFs machen? Die müssen natürlich Spot-Bitcoin für die ETFs kaufen. Das ist also schon mal ein richtig, richtig gutes Zeichen dafür, dass der Pump, den wir momentan haben, nicht aufgrund von Hebelwirkungen gekommen ist, sondern hauptsächlich am Spotkäufer liegt. Also, die Leute, die auf Coinbase gehen, den Kaufknopf klicken und so Bitcoin von Markt drunter nehmen. Wenn wir uns auch mal den Monatschart für Bitcoin anschauen und die Bollinger-Bands, dann kann man sehen, wir haben eine fortverdächtige Enge für Bitcoin auf den Monatschart, was die Bollinger-Bände angeht. Das wird höchstwahrscheinlich zu einer größeren Bewegung führen. Schaut mal, wir waren hier eng, wir hatten dann riesige Bewegungen nach oben. Hier auch, wir sind richtig stark nach oben gegangen. Jetzt laufen wir wieder eng zusammen und ich gehe davon aus, dass wir auch jetzt wieder eine große Bewegung bekommen werden. Okay, wenn man sich jetzt allerdings mal die traditionellen Märkte anschaut. Nochmal, hier gibt es einige beunruhigende Anzeichen. Denn wenn man mal den Nasdaq jetzt mit dem großen Crash von 78 beim Don't Jodes vergleicht, dann kann man sehen, dass wir doch ziemlich große Ähnlichkeiten haben. Hier und jetzt gerade befinden wir uns ziemlich genau an dem Punkt, wo wir einen Crash sehen sollten. Wenn man daran glaubt, dass diese Fraktale sich genauso abspielen sollte. Jetzt gibt es sogar noch andere Ähnlichkeiten zwischen dem schwarzen Montag 1987 und heute. Und zwar ist das, dass wir rote Mittwoche gehabt hatten, Donnerstag und Freitag vor der eigentlichen Woche. Wir hatten anhaltende Haushaltsdefizite, wir hatten aggressiv steigende Zinssätze, eine große OPEX-Woche vorher und Instabilitäten im Nahen Osten. Alle diese Sachen sind also vor dem schwarzen Montag beim Don't Jodes im Jahr 1987 passiert. Falls ihr also glaubt, dass die traditionellen Märkte zusammenbrechen werden, dann könnte das eine Sache sein, worauf ihr achten solltet. Und was glaubt ihr, wie der Rest der Märkte sich verhalten wird, wie zum Beispiel Bitcoin und Ethereum, sollte es bei den traditionellen Märkten zu einem entsprechend massiven Crash kommen? Lasst mich das auf jeden Fall mal im Kommentarbereich wissen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir so etwas sehen werden. Um ehrlich zu sein, wäre das eine ziemlich unangenehme Sache. Aber im Moment gibt es trotzdem einige beunruhigende Anzeichen, die ich euch zeigen wollte. Auf der anderen Seite stimuliert China momentan die Wirtschaft wie verrückt, die drucken Geld. Und gerade erst gestern, oder nee, nicht gestern, aber Freitag, da haben die 100 Milliarden Dollar in den Kreditmarkt gepumpt. Außerdem hat China am Montag die größte Geldspritze seit einem Jahr vorgenommen. Das ist passiert, nachdem China unerwartet die größte Zinssenkung seit 2020 vorgenommen hat. Die Zinssätze werden in China so bereits wieder gesenkt. China senkte auch die Zinsen für Hypotheken im Wert von 6 Billionen Dollar. Und das alles, während wir einen Bankrun bei der Bank of Kang-Soo gehabt haben, weil man befürchtet, dass eben der Zusammenbruch aller Banken die zahlungsunfähig machen würde. Was ist in China los? Naja, was passiert ist, die kuppeln die Wirtschaft an. Es wird Geld gedruckt. Und das führt dazu, dass die Fettbeamten fürchten, dass das auf andere Länder übergreifen wird. Denn wenn China Geld druckt und die Zinssätze senkt, muss der Rest der Welt das vielleicht auch machen, damit man eben nicht dieses globale Ungleichgewicht bekommt. Das ist also möglicherweise ein gutes Zeichen für die Märkte. Leute, haltet eure Bitcoin jetzt bereit. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten etwas Großes für Bitcoin sehen werden, dass Bitcoin auf jeden Fall nach oben gehen wird. Deshalb, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich versuche das jetzt schon seit weit über einem Jahr euch zu erzählen. Aber nochmal, ich kann es nicht oft genug betonen. Dann kann man auch noch sehen, dass das offene Interesse bei der CME Bitcoin Futures in der letzten Woche um 50% gestiegen ist. Die institutionellen Investoren der CME engagieren sich also momentan wieder ziemlich stark und kaufen Bitcoin. Die Institutionen wissen, was los ist. Natürlich kaufen die Bitcoin auf der CME Exchange. Wenn die Institutionen also Bitcoin kaufen, warum verkauft ihr dann eure Bitcoin? Zu guter Letzt, der Krieg im Nahen Osten, der eskaliert oder ist am Eskalieren. Das Pentagon sagt, dass es zusätzliche Truppen an den Nahen Osten entsenden wird und dann auch noch zusätzliche Raketenabwehrsysteme. Man kann also sehen, die USA rüsten ihre Streitkräfte auf, machen sich mehr oder weniger darauf gefasst, dass, falls etwas passieren sollte, dass sie auf jeden Fall eingreifen können. Das ist also definitiv eine Sache, die wir nicht sehen möchten. Wir wollen keinen weiteren Weltkrieg. Aber wenn es soweit kommen sollte, nur für den Fall, wie wird Bitcoin denn reagieren? Naja, meiner Meinung nach wird es die einzige Anlageklasse sein, die nicht zensierbar sein wird, die man nicht konfiszieren kann, wo ihr immer darauf Zugriff haben werdet, wo ihr immer und überall Transaktionen machen könnt. Also wie gesagt, keine Sanktionen, keine Zensur. Und in so einem Umfeld würde sich Bitcoin meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich gut entwickeln. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon fürs heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.